Angebote der Jugendsozialarbeit helfen, fördern und motivieren Jugendliche und junge Erwachsene bei der schulischen und beruflichen Ausbildung. In Zeiten immer stärker wachsender Anforderungen sind sie eine wichtige Nahtstelle zwischen Schule und Beruf und unterstützen die soziale und berufliche Integration. Dabei kooperiert die Jugendsozialarbeit auch mit anderen Bereichen der Jugendhilfe sowie mit Schulen und Betrieben. Dies geschieht beispielsweise in der schulbezogenen Jugendsozialarbeit. Neben der persönlichen Unterstützung reichen die Angebote von Beratungs- und Freizeithilfen bis hin zu Schülercafés und Werkstätten. Auch Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, die von der Schule nur schwer zu erreichen sind, werden gezielt unterstützt, um sie wieder in die Schule zu integrieren oder auf einen schulischen Abschluss vorzubereiten. Kein Schulabschluss? Keine Ausbildung? Keinen Plan für die Zukunft? Besonders für junge Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen auf ihrem persönlichen Bildungsweg zunächst gescheitert sind, sind die Kompetenzagenturen des IB hilfreiche Anlaufstellen. In persönlichen Beratungsgesprächen und durch zahlreiche praktische Hilfen, wie zum Beispiel die Unterstützung bei Bewerbungen, wird fast immer eine neue Perspektive gefunden. Junge Leute, für die eine Berufsausbildung ein noch zu großer Schritt wäre, brauchen eine Orientierungshilfe für die Wahl des zukünftigen Berufes. In Lehrgängen der Berufsvorbereitung erhalten sie Einblicke in verschiedene Berufsfelder und können Schulabschlüsse nachholen. Jugendliche, die ihre Ausbildung im ersten Anlauf nicht geschafft haben, brauchen eine zweite Chance, damit ihre Integration nicht für immer verbaut ist. Hier hilft der IB weiter. Manchmal auch mit außergewöhnlichen Maßnahmen, wie hier im sächsisch-anhaltinischen Wittenberg. Der 26-jährige Andi, der im ersten Bildungsanlauf gescheitert war, wurde vom IB bei seinem Schritt in die Selbständigkeit unterstützt. Ich вижу nicht mehr,еп Veränderungen, wie hier im ersten Bildungsanlauf stehen, walking in der 애ischen aree und coastline urbeigteile Stausch đi. Vielen Dank.